Musik Unsere sowjetischen Partner sind im Besitze der faktischen Macht. Niemand macht sie ihnen streitig. Am allerwenigsten mit militärischen Mitteln. Trotzdem legen sie Wert auf internationale Protokollierung des Unrechtstatbestandes Status quo. Die Fühler der Sowjetunion, zu einem Modus vivendi zu kommen, die reichen schon, hoffentlich verzeiht es Brand, Herr Kossigin, in die Präbrandsche Ära zurück. In die Ära Vorbrand zurück. Diese Fühler. Nur wollte man schnell, hektisch, fernsehwirksam Erfolge aufzeigen. Die Frächer.